Mein Gott Leute, heute ist Tag 1 von meinen Autopimpen. Ich habe mir Fußbodenbeleuchtung geholt, aber da hatten wir ein Problem. Vorne der Zigarettenanzünder war schon besetzt, aber Dima hatte immer einen Plan B. Ich konnte mir von hinten auch Strom ziehen, aber der war leider zu weit weg. Deswegen habe ich mir einen Adapter geholt. So Schatz, du wirst heute schöner aussehen. Habe den Adapter erstmal angeschlossen. Dann ging es zwischen dem Stuhl und dann nach vorne. Also das sah echt hässlich aus. Und hier nochmal die LEDs, wie die Farben aussehen. Also das sah mehr als nur geil aus. Mein Vater hat mir dann seine Hilfe angeboten. Dann haben wir alle Kabel zwischen die Kupplung zum Fahrerseite gebracht. Weil das muss natürlich gut aussehen. Und hier kann man Farbe umstellen und Helligkeit. Und ich wollte es unbedingt nochmal testen. Ich freue mich so sehr. Wir haben uns dann noch ein bisschen um die Kabelordnung gekümmert. Denn sowas ist sehr wichtig. Und das Endergebnis sah so krass aus. Oh mein Gott. Und so sah es unter dem Sitz aus. Also sieht man wirklich nichts. Dann haben wir es noch auf der Fahrerseite angebracht. Und Leute, gönnt euch das Endergebnis. Bäm, Junge, was habe ich gemacht? Aber im Dunkel sieht es noch krasser aus. Schaut meine Instagram Story dafür.